Juten Hu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 19 Karriere mit Kuh Alexandra auf dem Weg zur Premier League weil es E-Sports nicht was dagegen hat So, wir haben Heimspiel gegen Notts County im Pokal Wir haben dafür natürlich wieder unseren Was ist er denn? Da Unseren Verteidiger und den normalen Verteidiger einwechseln Ja und dann hoffe ich mal Dass mir das besser hier liegt als in den letzten Spielen Weil das war ja echt nur noch ein Rumkrebeln Weil im Endeffekt dann mit dem 1-0 Sieg Und beim letzten 2-1 Sieg in der Verlängerung Aber hat wirklich keinen Spaß gemacht Der hat aus der Position so hoch und weiter neben geschossen Na sicher doch Alles klar Ja na sicher Darf ich vorstellen Der neue Weltklasse Torhüter Spielen in Notts County Werden wir mal gucken Nächste Saison bestimmt bei Barca oder bei Real Madrid Mann, Mann, Mann Sozusagen steht unser dem nix nach Der wird dann wahrscheinlich zu München gehen Als neuer Ersatz Der wird dann neu auf die Bank verdrängen Ja na sicher Ey, das ist doch alles nicht wahr Mein Gott Ist doch Sieben Schüsse, ein Ohr. Mann, Mann. Ja, sie spielen eigentlich richtig gut, ne? So, jetzt hat der Startreiter ja nicht reagiert, auch schön. Ja, nein, 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 nein. Ja. Nein. Wow. ja warum spielt den nicht immer in die bühne ein tauchchen kannst du mir das mal erklären nein ein bisschen doof ok akzeptiert schön gedacht schlecht gemacht so ich habe nichts verändert aber es macht wenigstens wieder vom spielen her ein bisschen mehr spaß als die letzten spiele sehr schön und der kopf stoff auch ein verletzten kregen unser karl ist ähnlich so dicke Schön gemacht. Ich fand die Idee gut. Schön unter Druck gesetzt. So, 1,0. Dann wollen wir mal weitermachen. KONDOR! So, der ist jetzt ein bisschen abgerutscht. So, nochmal hin, der hier. So, der stellt sich der Gegner aber auch manchmal ein bisschen plüschig an. Boah, schade, die Idee war super. Wäre auch ein geiler Spielzug geworden. Hm? 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 Ah, warum? sehr schön ah herrlich lipstick dass sie immer so hoch schießen, das begreif ich einfach, ne? früher war das jetzt einfach, lang gedrückt, hoher Schuss, kurz gedrückt, kurzer Schuss heute kurz gedrückt, hoher Schuss, lang gedrückt, hoher Schuss ua fuck weil wir arbeiten und zwingsten die der chancen auch wenn sich in jawohl da stand aber schön frei doch nicht gleich so nicht gleich so nicht gleich so nicht gleich so Genau, nur noch weg. Ja, natürlich bewegt sich er jetzt nicht mehr, ne? Auf einmal kann er nur noch krauchen wie eine Schnecke. Mann, Mann, Mann. So, wir wollen den. Das heißt, wir sind weiter im FA Cup. So, Checker Trophy, ein Realfinale. Die hatten wir. So. So. Theiele. Theiele. So. Und dann ist ja noch. So. No. ja und ja 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 die ja 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 und ja Ja. So, dann wollen wir mal. Weil die Schönlichkeiten B ist. Na, sehr schön. Kasse. So, geändert der Spieltermin, was haben wir denn da? Da haben wir Liedepreisgeld 61.466 und vom 19. Dezember auf den 9. Januar zurückgelegt. Na gut. So, gegen Oxford. Gucken wir mal an, in welcher Liga Oxford spielt. So, bei uns schon mal nicht. Das heißt, da spielen sie eh eine Höhe. Austria-Wien führt. Eier Ziegenk. Switzerland. Manchester City auf der 1. Manchester, ne? Äh, Watt nur auf der 3. Wörn nur auf der 4? Okay. Oh, Nottingham Forest. Versteckt nach. Birmingham, Ypswich und Brentford. So, Oxford ist 5. in der League One. Okay. Also, spielen wir das. Machen wir das natürlich in der nächsten Folge, ne? Bis dahin. Tschüss. Euer Hightower.